Was ist denn da bei Gold passiert und bei Silber natürlich ebenso? Es gab Daten aus Amerika. Gucken wir uns die mal ganz kurz an. Ihr wisst, ich bin jetzt nicht der große Fundamentalist. Das ist nicht meine Hauptaufgabe, aber trotzdem, diese Sachen bewegen natürlich den Markt. Unter anderem jetzt heute waren es die CPI-Daten, also die Verbraucherpreisdaten, und die sind eben recht hoch ausgefallen. Das hat, naja, zeitlich zumindest mal die Bewegung bei den Edelmetallen ausgelöst. Wir sehen, dass hier 5,4 Prozent hier im Jahresvergleich die Nicht-Kernrate, also die normalen Preissteigerungen, die Kernrate mit nur einem ausgesuchten Inhalt, ist also nicht ganz so stark gestiegen, trotz alledem. Also heftig, heftig die Inflation aktuell. Aber man darf eins nicht vergessen. Klar, es liegt sicherlich auch an den Engpässen, aber es liegt auch daran, dass das Vergleichsjahr, das letzte Jahr, eine schlechte, eine niedrige Basis gegeben hat, weil letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie und der ganzen Einschränkungen, die wir hatten, der Kurs, die Preise eben deutlich nach unten gegangen sind. Das darf man nicht vergessen, dass dementsprechend die Basis zur Berechnung runtergegangen ist. Also das spielt mit eine Rolle. Nichtsdestotrotz, wir wollen gar nicht darüber lamentieren, gerechtfertigt, nicht gerechtfertigt, wohin das Ganze führt. Das müssen andere machen. Ich mache meine Entscheidung in dem Zusammenhang gerne daran fest, was die Marktteilnehmer aus so einer Situation machen. Und die Marktteilnehmer haben, ganz kurzzeitig sieht man das hier, einmal ganz kurz heftig nach unten reagiert, bei beiden Edelmetallen, bei Gold und bei Silber ebenso, und anschließend jetzt hier den Weg nach oben wieder angetreten. Also eine ziemlich deutliche Zurücksetzung dieses Rücksetzers. Das wäre spannend gewesen, weil wir eine starke Abwärtsbewegung haben, wäre es wackelig nach oben gekommen. Dann hätte man hier auf die Short-Seite gucken können, aber das war nicht verwechselbar. Wir sind auf jeden Fall wieder steil nach oben. Hätte man das irgendwie handeln können? Hättest du täte, wärst du. Irgendwas geht vielleicht immer, gegebenenfalls auf einer kleineren Zeitebene vielleicht. Also nur, weil der Markt jetzt hier, ah, guck mal, siehste, da war eine Unterstützung, da hätte man unbedingt long gehen müssen. Das ist, glaube ich, eine Gefahr, die viele Marktteilnehmer oder der sich viele Marktteilnehmer entgegenstellen müssen, dass man sagt, den hätte ich doch wahnsinnig gerne, ich hätte so gerne hier gekauft. Hm, ja, dann liegt das an diesen. Also ist da eine Unterstützung, da musste der Kurs drehen. Das ist gefährlich, so eine Annahme. Natürlich unterstützt so ein Niveau. Natürlich kann man in diesem Umfeld gucken, was hier passiert. Aber es ist sehr gefährlich, wenn ihr irgendwo eine Bewegung habt, sagt, schade, jetzt habe ich die verpasst. Was hätte mir da gesagt, ich müsste jetzt hier kaufen? Und dann findet man sicherlich ein, zwei Argumente dafür. Und dann, okay, dann muss ich ab jetzt die machen. Das kann aber sein, dass sie beim nächsten Mal nicht mehr sinnvoll funktionieren. Was ich in so einem Fall, wenn ich schon eine Unterstützung ansteuere, dann kann man vielleicht mal gucken, ob man vielleicht im kurzfristigen Chart, fünf Minuten, ein Minuten von mir aus, ob man da einen Wechsel eben findet. Also zum Beispiel, dass wir eine scharfe Aufwärtsbewegung haben und was Wackeliges runter. Für mich jetzt zum Beispiel gab es hier nichts, weil nichts davon ist wirklich wackelig runter. Wir sind schon auf Minute. Also insofern ist das etwas, wo ich auch zum Zuschauer werde, wo ich dann sage, naja, wenn der Markt mir halt nicht so was hier, so ein Henkel zum Anfassen hier bietet, dann komme ich da auch nicht rein. Vielleicht ist das aber auch einfach mein Problem. Ich will euch das gar nicht aufschwatzen, ob ihr in der Situation, in diesem Einzelfall jetzt hier long sein musstet oder nicht. Es gibt so viele dieser Chancen, ob es dieser Trade ist oder ein anderer. Aber das spielt, glaube ich, gar nicht die ganz große Rolle. Für diejenigen, die das eh schon ein bisschen länger mit mir mitverfolgen, die wissen, ich habe auch noch so diese blauen Balken hier, die sogenannten Bornbars. Die funktionieren natürlich nicht immer, aber die geben zumindest mal im Schnitt eigentlich ein ganz gutes Ergebnis ab. Hatten hier eine, wenn auch später, aber zumindest mal eine Möglichkeit, hier noch auf der Longseite eben reinzukommen in diesen Markt. Dann wäre man wenigstens noch ein bisschen mit dabei. Wir werden sehen, wohin das Ganze führt. Ein erstes Ziel für diese Überlegung ist ja, ihr kennt das Ganze, noch die falsche Taste, das ist so der erste Move, den wir hier haben, von dem Tief ausgehend hier oder von mir aus auch von dem. Das sind so die groben Ziele, also irgendwo jetzt hier. Da wird jetzt entschieden, ob das doch nur eine A, B, C Kiste ist und man sagt, siehste, jetzt machen wir das oder ob der Kurs sich da weiterentwickelt. Wir hatten schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist eine sehr spannende Situation beim Gold. Ich will euch das gar nicht jetzt nochmal im Detail erklären. Ich hatte es, glaube ich, am Wochenende sogar gemacht und ein Video dazu ja auch vorbereitet zum Thema Gold, Silber und Uran hatten wir damals noch gesagt. Ihr könnt euch das gerne angucken. Da ist auch nochmal drauf eingegangen, wie ist dann hier mit dieser Situation umzugehen oder mit der Erwartungshaltung, die sich daraus ergibt. Es bleibt also ein bisschen spannend. Gucken wir kurz auf Silber. Auch da, das war eine Variationsmöglichkeit. Das ist nicht die zugegeben die wahrscheinlichste aus meiner Sicht, denn auch hier gilt natürlich Schub hoch, wackelig. Wir waren ja hier schon long, allerdings dieses ewige Hin und Her, das zeigt eben auch, wie unsicher der Markt ist. Es ist also mitnichten so, dass die Marktteilnehmer ganz klar wissen, was sie wollen. Sie sind sehr, sehr reagibel, im Moment aber eher auf der Aufwärtsseite. Dadurch, dass sie aber dann hier doch sehr, sehr nervös sind, man sieht das auch, Nervösität hier runter, dann mal hier ein schneller, dann da mal ein schneller. Da habe ich jetzt gerade zugemalt hier, aber ihr seht das hier. Also sehr heftig auf Nachrichten reagieren. Das lässt die Frage offen, ob die Marktteilnehmer da wirklich schon dran glauben oder eben noch nicht. Was die Vermutung offen lässt, dass auch Ziele unterhalb dieser Marke noch nicht abgeschlossen sind. Also dieses Niveau hier, das machen wir mal weg, um nicht irreführend zu sein hier. Wir sehen hier, dass Ziele auch unterhalb des letzten Tiefs in dieser Blasereien immer noch nach wie vor gültig sind. Ein Indiziengeber dafür sind so diese Zwischentiefs, die wir hier haben. Von mir aus auch noch das hier. Das kann man vielleicht sagen, solange wir oberhalb bleiben, ist ja die Welt erst noch mal safe. Und wer vielleicht die Long-Seite noch sucht, es geht natürlich nach wie vor der Satz, geht es wackelig nach unten, wäre das ein schöner Hinweis dafür, dass die Bewegung als nächstes nach oben eigentlich die auf der besseren Seite steht und dementsprechend die besseren Chancen böte. Bin also latent positiv gestimmt bei diesen beiden Märkten. Warum nur latent? Weil das Abwärtsbild nicht gänzlich weg ist. Aber jede korrektive Rücksetzergelegenheit, die sich bietet, so ähnlich wie das, was wir ja hier hatten beispielsweise, wenn wir sowas kleiner hier oder eben auch größer später dann hier von mir aus da oben wieder kriegen, bietet grundsätzlich mal die Möglichkeit für etwaige Einstiege. Und ihr seht, das verfolgt das ganz große Bild, genauso wie die kleineren und das ganz kleine Bild hier. Da hat sich eigentlich nichts dran geändert. Nicht ganz ohne Stopp zu arbeiten, aus meiner Sicht, denn noch ist es nicht ganz außen vor, dass wir da nochmal unten durchgehen. Ich würde es mir fast noch mehr wünschen, denn dann können wir besser als hier anfangen mit einer echten Bewegung hier hoch und dann wackele ich runter und nicht mit so einer Pseudo-Ding, wo jeder gesagt hat, das sieht doch aus wie ein Geschwür. Da weiß keiner genau, was das sein soll. Da kommen viele wahrscheinlich gar nicht rein. Das kann ich mir zumindest vorstellen, dass das den einen oder anderen davon abhält, jetzt habe ich es verpasst, jetzt brauche ich einen neuen Start, also komm nochmal einmal runter und dann können wir von dort ausgehend das Ganze nochmal ansteuern. Wir haben über den DAX schon gesprochen, den will ich nur ganz kurz nochmal ansprechen. Das ist auf jeden Fall erstmal die Haupttrendrichtung hoch, die wackelige runter, über die haben wir schon gesprochen, auch hier im Kleinen, die Trendrichtung hier hoch, ich mache das nochmal weg, zack hier hoch, da ist jetzt das wackelige runter. Also insofern ist das noch alles in Ordnung. Das Einzige, was ich allerdings, nicht das Einzige, aber das, was mich im Wesentlichen stört an der Geschichte, deshalb halte ich es nach wie vor für nicht unrealistisch, dass der Kurs auch nochmal einmal tiefer geht hier. Muss nicht jetzt exakt diese Marken hier sein. Das ist der amerikanische Markt, denn der ist im Moment eher noch fallend, ihr seht das hier, die Abwärtsrichtung, 4-Stunden-Chart oder auch hier in den kleineren Chart-Einheiten, ist abwärts gerichtet. Das einzig Tolle ist, es hat nicht mehr den gleichen Druck, den gleichen Schwung, den wir hier teilweise haben, mit starken, unkorrigierten Linien hier. Hier haben wir dann doch viele Gegenbewegungen, also es kann durchaus sein, dass wir da auch gegen Ende sind. Und nicht ganz auszuschließen, die 33.000 nochmal und dann geht es jetzt los. Aktuell motiviert mich das allerdings überhaupt nicht für Käufe. Im Gegenteil, das ist eher nochmal die Abwärtsseite, die da im Moment gespielt wird. So, machen wir dann abschließend nochmal einen Blick auf den S&P. Das ist hier nahezu das Gleiche, da müssen wir gar nicht groß drum reden. Hier ist es die Marke 4.250 in etwa, also ebenfalls da, so auf halber Höhe. Und dann haben wir natürlich noch die Nasdaq, beziehungsweise den Nasdaq-Index. Der ist ebenfalls auf der Aufwärtsseite nicht so besonders, also auf dieser Aufwärtsseite nicht so besonders toll. Warum nicht? Naja, weil wir haben so starke Gegenbewegungen mit Überschneidung, dass das nicht ein klassisch bullisches Bild ist. Das Positive, was wir den Markt zumindest vorläufig abregen können, ist, dass die Abwärtsseite ja genauso doof aussieht. Weshalb ich eher davon ausgehe, dass wir korrektiv hoch sind, korrektiv runter, vielleicht nochmal korrektiv hoch. Und dann werden wir sehen, ob der Markt nicht doch nochmal einmal tiefer muss und damit einhellig wäre mit dem, was die anderen gesagt haben. Lassen wir uns da mal überraschen. Für heute Abend gibt es ja nochmal eine interessante Information. Das sind die Meeting Minutes. Das ist sozusagen die Mitschrift aus dem letzten Meeting, wo man sagen kann, das ist in etwa besprochen worden. Die gibt es heute Abend, da wird es sicherlich eine ganze Reihe Leute geben, die sagen, das wollen wir doch nochmal interpretieren, was sie da gesagt haben. 20 Uhr, also ein Hingucker, ein Hingucker Uhrzeit. Da ist ebenfalls wieder mit heftiger Bewegung zu rechnen. Das solltet ihr nicht außen vor lassen. In diesem Sinne erstmal euch alles Gute und ganz liebe Grüße.